hallo da draußen ihr lieben wir sind heute wieder hier bei arma 3 get wrecked mit dabei craps one hallo tactical viper servus und die ente quack 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 ey das war mein fahrer ja wir sind hier wieder auf dem public server unterwegs zu fürth haben unsere lustigen fahrzeuge wieder zusammen gebastelt ich glaube craps du bist noch am bauen oder ja ich baue jetzt komplett neu und wie die leute bei mir sehen ich habe jetzt ein hammett ich bin immer gegönnt weil ich geld gemacht habe ich schon ein panzer fahrzeug was für ein hammett hast du den habe ich auch von waffen und von slots her am besten eigentlich so ne auch drei waffen und irgendwie slags und plätze oder so läuft auf jeden fall einfach so ein fahrender block wie sind alles hier nur fahrende blöcke die leiche ja hier feier paint und jetzt habe ich jetzt vergessen das für euch das ist geil oder das ist echt cool du musst dir so eine recoil ding mal holen so ne weißt du die die wo muss ähm kannst du dich daran erinnern das letzte mal die haben wir so weggebounced ne richtig wie heiß ich denn was ist denn mein terminal ballistics was wer brennt ich brenne jetzt nicht mehr wow wo ist der shop von terminal ballistics weiß das jemand hier vorne habe ich nicht gesehen hier ist hyper chrisper habs schon habs schon ich habe jemanden getötet ich weiß auch nicht wer es war wo ist das wo finde ich das unter weapons oder wo finde ich das und links steht aber nur tactical wiper wurde getötet echt loll sehr schön ne ich bin nicht sicher unter was das ist craps muss das immer schauen soll doch da magnetic coil was kostet das ding 900 kostet das ist aber nicht billig ja kommen wir ein da ist er lange ganz schön groß hmmm that's what she said und badoom walf ist wieder witzig willkommen im internet walf möchte wieder witzig sein oh da kommt hier mit der brennt hier mit dem himmel oh das ist nicht so gut ne und das lässt den gegner wegflippen oder wie war das ja dann bouncet und volle kann er weg den gegner ja mit dem magnetic coil weil ich mach mein auto grad so zu dass ich einfach überhaupt nichts mehr dran machen oder ab machen kann egal ich brauch kein irgendwie neuen dinge hat er immer das schutzschild ausprobiert äh ne ich hab es immer drauf gehabt aber es hat mich nur verwirrt weil ich nicht geschnallt hab wie es geht schutzschild schutzschild wird nicht so schwer sein schutzschild zu benutzen aber ich hab die funktion irgendwie nicht war nicht so effektiv wie ich mir es vorgestellt hab wir bauen mal wer ist denn da hier die weeper die grüne wieper grün auch super schön bösen blick vorne drin ja muss ich habe ein bisschen so die sind die die freund noch durchgucken lassen durch meinen betonbrecher da vorne die holz panelen die vorrutscht durch die respawn ja das ist so ein ding was gefixt werden wird willkommen da vorne runter na wer ist denn da oder sind titan tank wo die droht holi schützt ja ich war da hat man will ich da rumstehen bitte ich bin grad gespawnt macht auch hinter uns teilen teilen kommen beide auf ihn drauf drauf dieses riesen ding kommen wir hinter dir der ding oder den recall in drauf und ich habe mal oh yes richtig schön rein gerammt so muss das sein am ramburg zeigt was du kannst man oh 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 karambolage ich bin oben drauf ich liege oben drauf ich liege oh oh karte was zur hölle alter macht ihr da ich glaube ich sind einfach alle tot man ist ja das auf jeden fall schön danke danke fürs mitspielen oh man ey das ist schon coole fahrzeuge hier da habe ich ständig was gemacht sogar ein hemtruck in einem feuerskin oder was ist das hier ja das ist meiner ach das ist deiner sieht geil aus was ein münstergerät ey meine fresse so abgehts wieder ich weiß mal am spawnpunkt wieder was für shops haben wir hier kann es sein dass wir eigentlich bis jetzt immer nur airfield gespielt haben ja ne ne wir haben eher schon mit saltflat ach stimmt saltflat war ja ja letztes mal als ich meinen tank benutzt habe und wir zu dritt waren hatten wir ähm swap gespielt okay dann waren wir schon ein bisschen flexibel weil ich würde auch mal eine andere map ähm auschecken aber wo bettelt ihr gerade fossil gaming hat es gerade geschrieben man sieht wenn man auf deploy geht eine zahl neben dem neben der auswahl links außen und dann siehst du wie viele leute gerade auf der map spielen also nur für die zuschauer die es nicht wussten wie anscheinend er und was auch sehr faszinierend ist man trifft hier auf den public server und wir spielen zurzeit immer auf den public server es gibt glaube ich nur drei gerade aktuell treffen immer deutsche spieler die immer sagen hey cool wir haben heute videos gesehen sehr witzig heute zu treffen eigentlich immer ganz cool hier also ähm 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 irgendein spieler hat gerade mein fahrzeug gelöscht lol gelöscht ja so ein key hat weg der hat irgendwas drange lol der hat sich damit deployed willst du mich verarschen was sinds für ein penner ja das müssen das müssen sie auch noch echt ändern was sowas nicht funktioniert wow holy was ist denn da passiert das war ich guten tag wow war hinter dir ja hast du gemerkt ja man kann man kann beim deployen kann man oh oh was machst du denn hier nein deine rambock wieder jetzt sind ich auf dem dach willst du mich verarschen nein 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 ich muss hier weg ich muss hier weg alles schnell neben dir Minen alles rauch schnell reif du was beweg dich BAM ja der rambock funktioniert da hat so viel rauch gespawnt hier verdammt das hätte doch funktioniert ja was für eine rambock hast du dir angebaut ey das ist doch nicht dein ernst ich hab den nicht gespeichert ne einfach zwei steinplatten von dir dran gebaut in der spitze voll der penner ich bin doch geschossen jetzt gibt's doch nicht ja das ist immer das finde ich wiederum ähm ein bisschen kacke weißt du wenn er jetzt den wagen nicht mal gespeichert hat und du baust dir der sachen dran und so die du gekauft hast ich hab noch ein teil gebraucht und dann hättest du ihn gespeichert und ja der ja der muss ich auch machen du kannst wenn ich zum beispiel hingehe dieser dieser wagen der jetzt hier steht ne dieser gott seht ihr den ja dieser pick up truck mit dem laser vorne dran wenn ich jetzt hier in die wand gehe und sag einfach äh clear ist selber weg BAM Junge ja ok also ihr seht jetzt einfach nochmal was ich grad schon mal gebaut hab aber ja genau ne dafür gehst du bei mir Action Alter Crap Stinezy ist Mr.Future man ich sag's dir Alter vorne die Klappen sind ja nice das ist geil ne hab ich so auch noch nicht gesehen man böser Blick und so man ladies and gentlemen oh da ist aber jemand ganz nah bei uns explodiert was zur helle ey das musst du auch erstmal schaffen hier am spawn zu sterben gibt's denn hier irgendwo ne Reparaturstation auf dem Airfield äh ja ich hab's da hinten ich hab's gefunden ganz ganz hinten fette Container und so und Quam brauche äh wie heißt das denn Weibstoffcontainer und größte Waffenboxen brauche ich eigentlich noch ich komm meistens weiter ich hab doch gedacht da kann man eigentlich mehrere anbringen ne die sind ja auch nicht egal ob du die im Fahrzeug versteckst die musst du ja nicht wieder abmachen ja naja hier hab ich doch mal ne Large Ammo Box die ist doch perfekt ich werd jetzt auf jeden Fall dann gleich abspeichern ja ja ich hab auch als du was erzählt hast hab ich auch gespeichert mhm gute Idee ja ganz ehrlich oh shit ja das ist halt voll ätzend ja aber solche Sachen gerade weil man gerade wenn man Sachen dran baut ähm die man sich kaufen musste ja hab ich komplett ich hab komplett Steel Panel drumrum und der nimmt das einfach und ja Bauzahlen und fährt damit weg von wegen zu nie gehauen das Geld ist mir scheißegal aber dass ich jetzt einfach nochmal genau das was ich jetzt im Video grad schon mal gebaut hab nochmal bauen muss ich find den ja gleich ja ich find den auf jeden Fall also ich hab mir macht den Namen echt ein Ehre ja man ja man oh das den tanktus war der steht doch einfach die ganze Zeit Raketenbus wer ist der Raketenbus wer ist das hm wer ist das du oder richtig oh shit oh shit oh shit alter wenn ihr mal selbst seht killt den mal bitte du hast GMGs oder 3.300 Dollar ich willkommen 3.000 ey ja man ich bin halt ich bin halt schon was hier in dem Spiel ich hab ich hab beim letzten Mal das war leider nach der Aufnahme die Aufnahme war aus und da war mein Fahrzeug so gut wie kaputt zerstört und da hab ich alles nochmal gedrückt was ich konnte und ich hab mir Raketenwerfer falsch angebaut der schoss nämlich immer nach hinten und genau der Raketenwerfer hat ein Hemet zerstört nice mit dem Schuss und somit hab ich fast wie viel hatte ich da bekommen ich glaub 19.000 oder so boah krass ja man kriegt richtig viel Geld wenn du so fette Dinger kaputt machst ja man kriegt richtig viel Geld dann war ich nicht so ein fettes Ding weil ich nur 3.000 bekommen hab weil er 3.000 von mir bekommen hat ach für mich ist das schon fett warum kann ich denn jetzt hier nicht mehr jetzt kann ich ja gar nichts mehr benutzen oder was naja erstmal darf ich auf dem Public Server spiel gleich mal nicht so berauschen wow was denn jetzt passiert ich werd durch die Luft geschleudert Glitch ne so muss es sein das ist diese Coil also ich flieg jetzt grad glaub ich in in Kavala rein ja ja das kenn ich das kenn ich toll die hab ich mir auch gekauft das ist geil schleudert den Gegner voll durch die Luft alter ist das super ja ich flieg noch ein bisschen ich muss auch sagen der Realismus in diesem Spiel Mod ist auch oh ich bin tot ich bin in meinem eigenen Auto gestorben und spawnen das muss er auch erstmal schaffen ey das find's geil ja ist auf jeden Fall typisch armer so die ganzen Bugs die man in all this life nicht haben will hast du hier machen wirklich Spaß find ich super ich auf jeden Fall auch ich bin mal sehr gespannt wie sich der Mod weiterentwickelt Leute wenn ihr auch da Bock drauf habt schaut mal auf auf Twitter da ist der recht aktiv und ich glaube auch auf YouTube seit zwei Tagen hat er da auch einen Kanal der ähm Moddarsteller und wir sind eigentlich in recht regen Kontakt so der ist immer bei uns kommentiert er auch die Videos bei dir Craps vor kurzem glaub ich bei dir auch genau also gebt ihm mal ein bisschen Love ja Internetlauf schaut mal bei dem vorbei und grüßt ihn mal aus Deutschland das würde ihn bestimmt ganz sicher freuen jo richtig genau mach das mal ich kommentiere jetzt auch bei meinem Video ist ja das erste jetzt gerade ja genau ja genau einfach wie gesagt das ist nur ein Unfall ja sag ich jemand auf dem Airfield gerade bin ich der einzige ja ich komm gerade ja ich bin gleich wieder soweit eigentlich hoffentlich Raketenbus guck mal der Marcel kommt ich gleich bei dir ja du darfst dann nicht schon wieder auf mich gerade zu fahren nein das gibt's doch nicht alter no doch das gibt's doch nicht wie viel Prozent hab ich dir weggeballert 55 hast du noch gehabt ne ich hab ja glaub schon du hast drei GMGs vorne drauf oder ja drei dicke GMGs ja die hauen halt echt drauf ne wobei ich glaub eine ist das glaub ich eine ist nur ein Mg das andere ist glaub ich ein Grenade Launcher ja shit einer meiner Raketen zeigt ihn in die falsche Richtung jetzt schießt ihn nach linksiger Zeit das ist sein ernst stimmt ich muss Waffen ach halt jetzt wieder ausgerichtet jetzt wo ich gelandet bin ist sie wieder gerade cool ja fuck das ist doch so wahnsinn das Ding schweich von Marcel das Ding das sieht aus wie ein erstes Weltkriegspanzer von den Franzosen mit so nem hemmetraum oder was ja 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 das ist meiner ach das ist deiner ja der Spaß hier hat ihn einfach geklaut oh shit alter oh shit das ist nicht an den ersten Weltkriegspanzer von den Franzosen oder was mit einem selben Kanonen dran ne ist einfach boah GMG oder was Alter ich kaufe ein Magnetic Coil und dabei liegt hier einfach eins rum ne Alter ich bin auf dem Auto geschleudert worden und stehe jetzt auf dem Airfield rum wollte er mich verarschen ich stehe neben einem brennenden Auto hallo Hilfe kann mich jemand töten hallo ok ich setze mich wieder in mein Auto rein oder ich verblende respawn fahr mal nach links hier ähm Rambok fahr mal nach links du darfst mich töten das brennen der Auto ja ok ah verdammt da sind doch da sind doch hier über irgendwelche nein verdammt jetzt muss ich mich auch noch muss ich auch noch Suizid machen hier Harakiri oder was ja ich mach auch grad Harakiri durch die halbe Karte ok dann eben kein dann doch Selbstmord wo man weggeschleudert wird wie heißt die nochmal richtig recoil glaube ich war es einfach nur Coil hm was hab ich hier für die weiße Dinger ich habe jetzt auf meinem Fahrzeug ähm zum Beispiel die Sunsäcke sind jetzt nach links äh rausgedreht ja jetzt schaue ich mal wenn ich spawne ob die sich wieder äh richten sobald ich gelandet bin na ich bin sagen wir jetzt auch die Rambe weg ne das hat ne ne jetzt gehts wieder nicht doch doch es geht doch wenn du gelandet bist richtet sich alles wieder normal aus ja das ist gut ich war gespannt ich war gespannt man muss ja im Spawn nicht äh neu äh einrichten oder ausrichten ok cool ne ja das ist super praktisch auf jeden Fall ja das sieht noch ein bisschen komisch aus aber das ist natürlich jetzt oh ja das sind wir gewohnt diese Leute des Internets nein nicht schon wieder der Rambock so jetzt hier zwei nein jetzt bin ich auch noch auf die Seite geflogen alter drei Dinger proff dann bin ich endlich ready das ist doch die erste Runde Robby ja wenn wir hier ja ich kann nichts dafür wenn ich so ein komischer Mongolo ja stimmt das stimmt auch ah nein warum fliegt der immer um man meine Balance hier oooooh alter wie krass man ey die Viper ey hast voll auf mich abgesehen heute ja sicher muss ja muss ja Alter Vorsicht da kommt mir schon mal irgendein anderer zu unseren Fahrzeugen shit den soll er machen den dreh ich um so hier building ich hab keinen Bock die mehr zu suchen concrete barrier wunderbar zwei Stück ok purchase hat er wenigstens eine Uhrzeit wie weit wir schon sind in der Runde ich hab nämlich keine Ahnung ähm wir sind bei vierzehneinhalb Minuten ah genau wunderbar ich stopp dich auch immer mit der Zuschauer die Zuschauer können es konfirm mit jetzt sind es 1440 so speichern Einstellungen machen und dann läuft's yes sir wir machen die jetzt richtig platt ich lass die Pantzwang jetzt auch mal erst sein die brauch ich nämlich nicht wozu auch ich hab ein Selbstzerstörungsteil geworfen wozu auch ich spreng mich sowieso in die Luft genau richtig also aber ich hasse das ne diese was mach ich denn wo kommt das denn das kommt auf ach shit ich hab doch auch oh gott oh gott jetzt hab ich die Taste genommen ich hab keine Ahnung mehr wo meine wo meine Hotkeys sind bei dem Fahrzeug nein was denn jetzt los wir auf Kuh mein Fahrzeug sieht aus wie so ne wie so ne fahrende Kinderhütte ey die man schlecht zusammengeflickt hat wut so warte ich brauche hier die Magnetic Keulen Nitrobus ist C ich hab auf jeden Fall das Mad Max Modell hier also ich hab auf jeden Fall das geil beste Fahrzeug überhaupt was hast du ähm jetzt hat sich mein Fahrzeug hat sich einfach mal gerade um 180 Grad gedreht einfach mit dem Boden reingepackt ich hab nur nicht mal geschossen ok tja Marcel das war Miene oder ein Schwingstoffbeutel keine Ahnung Gibt's ja nur Back of the Explosives ne ja die hab ich genutzt für den Truck ja ich meine Back of the Explosive kannst du releasen hast n Fällen die einfach nur runter und liegen da und dann kannst du noch auslösen sogar nein lass mir Ruhe mit der McNallye-Kolle muss ich einfach in der Nähe von jemandem sein komm Rambock mach die fertig ja verdammt hab mit meinem Laser friff meinen Laser Rambock Taktikkel Rambock so verdammt ich konnte grad draußen rumreben so wo sind hier Leute wo ist der Marcel du nimmst mein Auto auf der Map ist so ne Markierung da musst du das Opfer suchen hohohohoho ok übrigens hab ich grad 20 Dollar bekommen dafür dass ich gekillt hab das war jetzt nicht mit dem das ist ja geloogt ich bin auch mit dem Liquid Tank Flieg Ralf Flieg Ralf naja gut ja ja Liquid Tank mit meinen Fässern habe ich noch nicht soooo da bleib sich da nicht an hast du den Coil schon an sagmal ich habe den hinten drauf alter crapp's drauf da haut da mit in die Tankstelle rein actually lololololololololoy ah jetzt bist du wieder ausgestiegen ich bin wieder rein in mein Fahrzeug was mach ich da wieder ich hab ihn umgebracht nein sogar ich 1600 haver ich bekommen oder bei meinen Fahrzeugen hat man noch umbenannt als ob es seins wäre Wie heißt der? Titan Tank. Warte, ich fahr weg. Der ist schon auf 68 runter. Oh. Ach du Scheiße. Ich wurde getötet von denen. Glaube ich. Alter, was ist das, Alter? Glaube ich wurde umgebracht. Ich glaube ich wurde umgebracht. Ist auch gut, ey. Wieso stehe ich jetzt wieder bei dem Wagen? Na super, weil die Hülle ist kaputt. Nee, die Hülle ist kaputt. Danke, Indchen. Hast du gut gemacht. Leer. Du weißt. Ja. Jetzt. Ich habe nicht gefunden, das Fressen für dich. Ach Mensch. Das ist aber voll mies. Das machst du aber immer. Das ist so effektiv. Wenn du diese Cal Drops hast, im Kreis fährst, wenn jemand da derrierst und die dann legst, dann steht einfach da und du kannst dann halt wegmachen. Und die Magnetic Coil kann man irgendwie anmachen, wenn jemand in der Nähe ist oder was? Ja. Du wartest die vorhin die ganze Zeit an, irgendwie. Ich habe da nur nichts gedrückt, ne? Die waren nicht von mir. Aber der andere hat ja auch eine dran. der mein Vater geklaut hatte. Achso. Okay. Ich habe gerade den Liquid Tank vor mir. Oh, nee, ne? Ich habe gerade das geladene Fahrzeug. Äh, sowohl. Und es hat nichts mehr dran. Alles weg. Möglich? Ja. Nein. Wir kommen da einfach. Alter, nee, bei mir ist alles drauf, Craps. Das sieht nur... Loll, das weißt du im Magnetic Coil oder was? Alter, weißt du was? Bei mir steht einfach alles da. Jetzt ist wieder da. Das Fahrzeug über weg. Ja, stimmt. Genau, jetzt ist wieder da. Ich hasse es, ey. Was? Was? So, den Typen nehmen wir uns auf jeden Fall nochmal vor, ne? Komm, ja, wie heißt der? Ja, da ist er. Okay, jetzt kein Friendly Fire. Das heißt kein Friendly Fire. Wir erstmal teamen gegen den, oder? Ja. Ja, der ist hier wieder bei mir. Den machen wir, den machen wir jetzt. Wie heißt der Typen jetzt? Wo ist der? Titan Tank, Titan Tank. Der hat genau so einen Teil wie ich. Aber der ist wahrscheinlich durch meine... ...Cale Drops gefahren. Lol, ich bin ausgestiegen. Du sollst wieder ansteigen. Ist vielleicht nicht die optimale Lösung hier. Nee, ich bin ausgestiegen und dann das Fahrzeug kaputt gegangen. Also dein Vater ist kaputt? Weibweib ist gekillt. Wut? Nein. Doch, es stand im Chat. Achso, das ist ein Titan Tank. Ja, ich seh'n auch. Kann ich den getötet haben? Kann ich den auf... ...auf den Airfield? Geh'n Abend nicht mehr an. Ich kann unten den Liquid Lighthouse killen. Geh'n lieber weg. Ramba. Keul ist nicht mehr rum. Ich will ihn rammen. Ich will ihn rammen. Yeah, ich fliege. Keul ist an. Yes. Hau ab, Mann. Alter, ich fliege. Krebs, Alter. Ich bin gleich im Meer, Mann. Ja, okay, ich fliege jetzt auch nach Kamala. Oh, die schießen mal ein bisschen in der Luft. Komm, ja. Ein bisschen Smoke noch reparieren. Alter, wo ich hinfliege, ey. Selbstzerstörung, komm schon. Hatte ich ihn? Titan Tank was destroyed by Krebs 1. Sehr cool, danke. Sehr schön. Jetzt müssten wir eigentlich sein Fahrzeug wegmachen, sobald er respawnt. Da ist er. Er ist das. Marcel heißt er, ne? Ja, aber der, der, der einen anderen Namen gegeben hat, hat er ihn abgespeichert. So. So, ich hab ihn nochmal kurz ausgelacht. Aber der hat ihn ein bisschen gespeichert, denke ich mal. Nee, nee, der hat ihn ja umgenannt. Ist dein Ernst? Jetzt ist er weg bei ihm. Siehst du? Ja, ich weiß. Ich weiß. Tja, Marcel. Schön scheiße, ne? Kann ich aber den Wagen klauen. Ach, verdammt. Hey, warum bist du in mich reingefahren? Du weißt schon, dass ich einen fetten Helmet habe. Ja, keine Ahnung. Ich dachte mir, Ramburg kann doch nichts bringen. Also, klaut keine Fahrzeuge, Leute. Macht das nicht. Das ist nicht gut. Also, die Selbstzerstörung ist ja wohl mal imbar, ne? Ja. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall ein neues Auto bauen. Ich habe irgendwie die Schnauze voll von meinem. Das war einfach nicht solid. Gegen euch konnte ich nichts ausrichten. Ich wollte vielleicht einmal töten können und dann war ich schon im Arsch. Das heißt, in der nächsten Folge, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen und wo auch immer ihr alle herkommt, sehen wir uns wieder. Der Viper, der Craps und Tak Tak. Quack Quack. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.